So gutmütig Urias, so gut doofmütig Urias auch war, es ist schade um ihn. Ich meine nach Sartarius war auch der letzte Anführer des Ordens. Vom Order of Dawn. Oh. Bereits. Mir nach. Oh. Zu euren Diensten. Alles klar. Verstanden. Stimmt ja, hier gibt es ja noch einen direkten Weg nach unten. Ja, wir sind bald Level 43. Und los! Die... Mir nach! Gegner geben gute Erfahrung, muss man sagen. Vorwärts! Oh, und ich sollte auch in meinem... ...Mär Verteidiger. Und ja, ich habe die Gebäude einfach mal beide abgerissen. Für was sollen sie da noch rumstehen? Ich könnte theoretisch auch noch ein paar Kriege, aber nee. Verteidiger. Und ja, zehn Elite. Ich könnte wirklich mal fünf Älteste wenigstens ausbilden. Und dann nochmal fünf Älteste. Aber jetzt erst mal... Verteidiger. 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 Wirklich alles weg. Und los! Und los! Fernkämpfer sind in dem Spiel richtig overpowered. Sei es magische oder nicht magische. Mir nach! Tja, der da hat nur einen Kleinkampfverband, weil die Hälfte seiner Truppen in der Festung sind. Vorwärts! Vorwärts! Schnell! Zum Angriff! Deswegen gucken wir auch, dass wir ihn zuerst... Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Nie teilst du mit euch! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schließ sie rein! Ohaah! Kommt nur her! Man sieht aber, kann auch nach hinten losgehen. Ihr seid schwer! Nur zu! Sieht aber so aus, als hätten wir ihn besiegt, bevor das Spawn von ihm und seinen Truppen einsetzt. Auf mein Zeichen! Und los! Mir nach! Und los! Folgt mir! Verteidiger noch? Hier! Mir nach! Und los! Nö, ich sehe nicht wirklich was, den Berg runterkommen. Ja, zur Seite! Zur Seite! Verstand die Deckung! Bereits! Und los! Ihr seid schmau! Hilf fort mit euch! Ihr seid schwach! Ich höre! Jetzt werkt die Tammahein? Ihr seid schwach! Niedhalft und mich rächen! So, jetzt die 5 Ältesten. Nur zu! Auf meinem Befehl! Schnell! Schnell! Nur zu! So, dann können wir mal den Eliten anfangen schon mal. Ich habe verdammt viel Eisen. Aber ja, Mondsilver ist noch keine Mangelware. Und los! Vorwärts! Aber ne, den unteren haben wir... Oh! Zu euren Diensten! Mir nach! Okay, da sind Truppen... ...die es wissen wollen. Nur zu! Das sind übrigens Älteste. Nichts zu verwechseln mit Eliten. Eliten haben... ...keine... ...grauen Bärte. Nein. Haben dafür Flügelhämchen. Zu allem entschlossen! Hätte Samenhörnchenhelme. Okay, wir haben unsere maximale Truppzahl erreicht. Was einfach nur Opa ist für das, aber... Äh... Ja, die haben es nicht besser verdient. Die haben Urias getötet. Die Schweinehunde. Dafür zeige ich ihnen zwergischen Zorn. Stehe bereit! Hier bin ich! Nur zu! Kampfbereit! So, und hier noch eine Gruppe. Oh. Ach, hier wird ja noch neue. Dann holen wir uns noch mal schnell neue hiervon. Naja, Nahrung ist nicht wirklich so das Problem. Das bisschen, was wir noch brauchen. Eine Einheit wurde aufgewertet. Ja, jetzt haben wir auch mal gesehen, wie die es kommen. Hier bin ich! Äh... Hier bin ich! Äh... Hier bin ich! Schnell! In die Schlacht! Dann kommt mal alle zusammen, damit wir die kleine Gruppe da kaputt kriegen. Okay. Hier bin ich! Ich bin ich! Nithalf, küsst mich! Nithalf, tut mich röch'n! Nithalf, gib mir Knack! Okay. Das war er hier. Hint fort mit euch! Lasst sie nur kommen! Auf mein Kommando! Oh, kommt nur her! Hier, folgt mir! Schnell! Sofort! So, die werden jetzt definitiv respawnen, bis wir da unten alles tot haben. Aber ja, wir haben eine Armee. Schnell! Mir nach! Ja, da kommen sie schon. Mir nach! Und los! Sofort! Wir haben eine Armee, die groß genug ist, das Tor zu verstopfen. Verschiedene Arten vom Palastwaren, übrigens. Verschiedene Arten vom Palastwaren, übrigens. Wäre aber auch langweilig, wenn die alle dasselbe. Auf mein Kommando! Schnell! Und los! Mir nach! Für die Freiheit! Verstärk! Verstärk die Decke! Schlafe sie zurück! Schlafe sie zurück! Gib mir Kraft! Sagt das! Schließ die Reihen! Schlafe sie zurück! Schlafe sie zurück! Schlafe sie zurück! Wir haben auf jeden Fall ihren Camp, also ihren Kommandantentod. Schlafe sie zurück! Das ist euer letzter Fehler! Hier bin ich! Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Was ist eine Feinde? Das ist eine Feinde! Was ist eine Feinde? Mehr davon! Los! Nidhals wird mich rächen! Kampfbereit! Ihr denkt, ihr habt gesiegt? Aber es hat gerade erst begonnen! Spürt nun meine Macht! Eine Macht ist nur Schabernack, Vater! Nein! Das ist unmöglich! Unmöglich! Er hatte es versprochen! Die Macht! Die Macht der Zirkelmagier! Leichtgläubiger! Sieh dich an! Der Maskiert hat einen Narren aus dir gemacht! Nein! Ich bin der Göttliche! Der Göttliche! Aber ich kann doch nicht sterben! Ruhe dich aus, Vater! Mutter wartet auf dich! Kaira! Der Kaiser ist tot! Nun habt ihr endlich Zeit, mit der Uru zu sprechen! Und dann ist diese maskierte Schlange an der Reihe! Schöne! Ja!